Nachdenkseiten Hallo zusammen, schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen, verehrtes Publikum. Ich begrüße Sie und begrüße vor allem unseren Referenten, Dr. Heinz Klippert. Wir können uns an diesem Oktobernachmittag auf einen interessanten Vortrag freuen. Dr. Heinz Klippert ist Ökonom, Soziologe und Pädagoge. Kennengelernt habe ich ihn vor vielen Jahren wegen seiner professionellen Neigung, neue Schul- und Unterrichtsmethoden zu entwickeln. Ich denke, dass unter Ihnen auch noch ein paar Leute sind, die ihn aus dieser Zeit kennen. Kennen Sie Menschen, deren Namen von Ihrem Beruf entlehnt worden ist? Also Maurer, Schreiner, Bauer, da haben wir einen hier sogar, unser Webmaster. Gute Gelegenheit, dich zu begrüßen lassen. Dann angelehnt alles an den Beruf Ihrer Vorfahren. Meine Vorfahren haben als Müller Getreide und Mehlsäcke geschleppt. Und heute haben Sie nun die Gelegenheit, einen weiteren kennenzulernen. Heinz Klipperts Name wurde zum Verb. In einschlägigen Geisen sprach man von Klippern, wenn die von ihm entworfenen Unterrichtsmethoden angewandt wurden. Also, so lange habe ich das nicht geschafft mit meinem Müller, aber Klippern, das gab es und gibt es wahrscheinlich immer noch. Das ist aber nicht heute unser Thema. Heute geht es um Krieg und Frieden. Heinz Klippert hat sich darüber Gedanken gemacht. Er hat dazu gerade ein Buch vorgelegt, der Titel Frieden sichern, Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens. Ich weiß nicht, ob sich unser Referent dessen bewusst ist, dass es in unserer Gegend einmal besonderen Mut verlangte, das Wort Pazifismus zu gebrauchen. Noch dazu mit positivem Unterton. Es gibt nämlich eine berühmt gewordene Parole eines Bundestagsabgeordneten aus der Südpfalz zum Thema Pazifismus. Ich zitiere, der Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Ja, so sind es, könnte ich sarkastisch anmerken. Sie müssen nicht lange rätseln. Die zitierte Vernichtung des Pazifismus stammt vom Vater des heutigen Landauer Oberbürgermeisters. Wir halten mit Heinz Klippert fest, Pazifismus ist etwas ausgesprochen Positives. Heute möchte ich ausdrücklich jene begrüßen, die durch ihre praktische Unterstützung die Bleisweiler Gespräche erst wirklich gemacht sind. Das sind die Leute hier hinten, die Freundinnen und Freunde. Eigentlich hatte ich sie vor, persönlich mit Namen zu nennen, aber sie haben mir das untersagt. Aber sagen darf ich, dass ohne eure Unterstützung eine solche Veranstaltung wie heute Nachmittag nicht möglich wäre. Also vielen, vielen Dank. Dass wir uns mit der Frage, wie der Friede gesichert werden kann, überhaupt noch beschäftigen müssen, das hätte ich früher, zum Beispiel vor gut 20 Jahren, nicht geglaubt. Damals, im September 2001, sprach der russische Präsident Wladimir Putin im Deutschen Bundestag. Er erntete großen Applaus. Es war die Zeit, als der russische Präsident, wie auch viele von uns, von einem großen Raum des Friedens zwischen Wladivostok bis nach Lissabon schwärmten, träumten. Wir waren fest davon überzeugt und es sprach auch alles dafür, dass es Frieden in Europa geben würde. So, wie wir nach 1945 gelernt hatten, dass wir keinen Krieg mehr und keine Kracht mehr mit den Franzosen haben. Das ist zehn Kilometer von hier entfernt und die Grenze ist überhaupt nicht spürbar. Es sei denn, sie wird wegen Corona mal wieder mobilisiert, was ich nicht so gut fand, aber sie gibt es nicht. Und deshalb, das ist wirklich ein vernünftiges Zusammenleben von Völkern, wie wir es hier praktizieren. Und so hatte ich eigentlich gedacht, geht das auch mit Russland. Und es war ja auch alles ganz gut eingetütet. Zum Beispiel gab es weit über 100 Städtepartnerschaften. Es gab Partnerschaften zwischen Schulen und Sportvereinen. Ich verweise auf zwei Beispiele aus unserer Region. Erstens die Städtepartnerschaft zwischen Speyer und der russischen Stadt Kursk. Und zweitens die Schulpartnerschaft zwischen dem Triefelds-Gymnasium in Anweiler und einem Gymnasium in Waskau. 1993 waren eine größere Zahl von Schülern und Lehrern des dortigen Gymnasiums hier in der Südpfalz. Und eine Gruppe von Schülern, Lehrerinnen und Lehrern aus Anweiler war in Moskau. Ich war damals mit dabei und dieser Austausch war großartig. Wir hatten konstruktive und auch schöne Beziehungen und Begegnungen. Warum sind diese guten Beziehungen zwischen Städten, Schulen, Sportvereinen weitgehend eingefroren, wie das heute ist? Das ist von oben verfügt worden, auch von der Europäischen Union betrieben worden. Warum ist diese praktische Verständigungsarbeit zerstört worden? Und es ist aus meiner Sicht der helle Wahnsinn. Wenn ich an den Teufel glauben würde, dann müsste ich feststellen, hier war der Teufel am Werk. Man kann es aber auch nüchterner formulieren. Die Rüstungsindustrie hat offenbar festgestellt, dass sie Konflikte braucht. Sie braucht den Tod, um leben zu können. Ich wiederhole diese wichtige Erkenntnis in Variation. Die Rüstungswirtschaft meint, sie brauche den Tod, um gut leben zu können. Und dann gibt es offensichtlich auch Politiker, die sich ein politisches Leben ohne Feindseligkeiten und Feindbilder nicht vorstellen können. Und viele Medien folgen diesem Glauben. Diesen Kräften wollen wir heute wenigstens ein bisschen ins Handwerk pfuschen. Und ich denke, Sie werden das mit unterstützen. Bevor ich dann endlich auch das Wort an Heinz Klippert abgebe, muss ich noch einiges ergänzen. Eine solche Veranstaltung auszurichten, kostet Geld. Wir erheben trotzdem keinen Eintrittsgeld, aber weil wir auch Menschen den Besuch ermöglichen wollen, die nicht über das nötige Kleingeld verfügen. Umso mehr bitten wir alle anderen um eine großzügige Spende. Wie üblich werden Sie mit einer Sammelbox um Ihren Beitrag gebeten. Vorträge und Diskussionen werden aufgezeichnet. Und von den Nachdenkseiten ins Netz gestellt. Wenn Sie nicht ins Bild kommen wollen, dann sollten Sie sich außerhalb des Blickwinkels der Kameras setzen oder Ihr Gesicht verhüllen. Das muss ich sagen, weil wir das einfach machen wollen und wir andererseits gesichert sein wollen gegen Proteste. Es gibt einen Büchertisch mit dem neuesten einschlägigen Buch unseres Referenten und einigen anderen Büchern. Heinz Klippert wird signieren. Nutzen Sie die Möglichkeit, ein interessantes Buch mit nach Hause zu nehmen. Nur noch ein paar Anmerkungen zum Ablauf. Es folgt der Vortrag unseres Referenten gleich. Dann machen wir eine kleine Pause von gut 20 Minuten. Nutzen Sie diese, um sich mit Getränken, Brezeln und Kuchen zu versorgen. Und dann kommt die Diskussion. Dafür gibt es wie immer bei den Bleiswörtergesprächen eine einfache Regel. Fragen und Diskussionsbeiträge werden nicht gesammelt, sondern nacheinander sofort beantwortet. Sowohl die Fragenden als auch der Referent sind freundlich gebeten, sich kurz zu halten. Dann kriegen wir eine lebendige Diskussion. Ja, Heinz Klippert, du hast das Wort. Ich bin gespannt. Sie vermutlich und hoffentlich auch. Danke fürs Kommen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Friedensfreunde und Kriegsskeptiker. Ich hoffe zumindest, dass Sie einen Schuss Kriegsskepsis mitgebracht haben. Das ist nötig in diesen Zeiten. Ich gebe zu, ich bin schon als Pazifist hier kenntlich gemacht worden, werde später noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie ich Pazifismus verstehe. Das wird nämlich auch oft ganz bewusst missverstanden und diskreditiert, bevor man sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hat. Ich gebe zu, es fällt schwer, derzeit Friedensaktivist oder gar Pazifist zu sein. Und ja, auf Völkerverständigung, auf Deeskalation, auf Entspannungspolitik zu hoffen, wie die Entspannungspolitik und Abrüstungspolitik der 80er Jahre, der 70er bis 90er Jahre, kann man besser sagen, in die Tonne getreten wurde, das hat mich schon sehr erschüttert. Mit welcher Leichtfertigkeit, mit welcher Arroganz dieses positive Geschehen der letzten 35, 40 Jahre in die Tonne getreten wurde. Wir haben acht Enkel und ich habe mir, bevor ich mit dem Buch dann begann, die Frage gestellt, in welche Zeit wachsen die eigentlich hinein. Ich war mir sehr sicher, dass nach dem Trauma des Zweiten Weltkrieges jetzt die Menschheit vernünftig geworden ist und das auch lange vorhält. Und das hat mich sehr erschüttert, einfach wahrzunehmen, wie schnell dieses ganze Trauma des Zweiten Weltkriegs abgeschüttelt wurde oder von manchen gar nicht mehr erinnert wurde. Das ist das Dilemma. Auch bei uns in der Republik hat sich ein neuer Polizismus breitgemacht. Sie brauchen nur in die Medien zu schauen, sie brauchen die Bundestagsdebatten zu verfolgen. Und dann sehen Sie, dass im Augenblick diejenigen Oberwasser haben, die für mehr Waffen sind, die für mehr Konfrontation und Haut drauf sind. Diese Haut drauf-Mentalität ist eigentlich so ein archaisches Relikt, von dem ich meinte, dass wir das überwunden hätten durch die Aufklärung und durch die Rationalität in unserer Zeit. Offensichtlich habe ich mich getäuscht, wie viele andere sich wohl auch getäuscht haben. Pistorius fordert, ohne dass da irgendwo ernsthaft widersprochen wird, nicht nur Kriegsertüchtigung im weitesten Sinne. Er fordert auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ohne dass das große Widerspruch hervorgerufen hat. Es wird Aufrüstung beschlossen. Dieses bekannte 100-Milliarden-Programm wurde ohne ernsthafte Diskussion einfach so hingenommen. Es sind schon Alarmzeichen, zumindest mal nach meiner Wahrnehmung. Unsere Bundesbildungsministerin Frau Stark-Watzinger hat sich da gleich ins Zeug gelegt und angeschlossen und gemeint, also in der Schule müsse jetzt endlich wieder mehr über Krieg geredet werden, wörtlich. Es müssten wieder ABC-Übungen in der Schule für den Fall des Falles durchgeführt werden. Und die Bundeswehr müsste wieder ungehinderten Zugang zur Schule bekommen. Sie hat dafür auch keinen nennenswerten Widerspruch geerntet. All das macht mich fassungslos und alarmiert mich im schlimmsten Sinne des Wortes. Wo immer man hinschaut, Kriegsvorbereitung und Kriegsrhetorik ist das Gebot der Stunde, so meint man. Nein, Sie brauchen nur die Tageszeitungen zu lesen, wenn Sie gesehen haben, heute Nacht hat Israel den Iran beschossen. Ich frage mich, mit welcher Zielsetzung eigentlich? Was geht in den Köpfen derjenigen, die diese Eskalation immer weiter vorantreiben, eigentlich vor? Sind Sie sich darüber bewusst, dass es sehr schnell in einen Dritten Weltkrieg einmünden kann? Offensichtlich gilt das für viele nicht. Ich will deshalb noch mal betonen, es ist an der Zeit quer zu denken. Der Begriff Querdenker ist ja sehr diskreditiert worden in den letzten Jahren, obwohl er immer sehr positiv konnotiert war. Wir müssen gegen den Strich denken. Wir müssen uns auch freimachen von dieser einseitigen Propaganda unserer alltäglichen Medien. Die etablierten Medien sind alles andere als objektiv. Ich habe den Spiegel abgestellt, ich habe die Zeit abgestellt, habe beide 45 Jahre abonniert, habe dem Spiegel auch geschrieben, ich habe leider 10.000 Euro in euch investiert. Das hätte ich besser sein lassen sollen. Lange Zeit hat mir der Spiegel durchaus auch Inspiration verliehen, aber das, was in den letzten Jahren dort an Kriegstreiberei auch über die Medien läuft, das finde ich schon ernüchternd und verstörend. Wir brauchen ein Mehr an Ideologiekritik, wir brauchen ein Mehr an Kriegskepsis, an Risikobewusstsein in der Bevölkerung. Und meine These ist, dass die Politik letztlich diesen Kurs nur dann verfolgen kann, wenn die Bevölkerung mitspielt in der Breite. Und wenn Sie sich die demoskopischen Erhebungen angucken, dann sehen Sie, dass große Teile der Bevölkerung das alles mehr oder weniger unreflektiert oder reflektiert gutieren, mitmachen. Und deshalb gibt es kein Korrektiv. Wo sind die Gegenmächte? Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Wo sind die Kirchen? Wo sind die Parteien? Wo sind die Gewerkschaften? Wo sind all diese kritischen Kräfte wie Franz Alt seinerzeit? Die Älteren können sich noch an ihn erinnern, der damals ja doch ein Meinungsbildner im kritischen Sinne war. Sie fehlen. In den Medien suchen wir solche Personen derzeit vergeblich. Die Nachdenkseiten kämpfen dafür, dass wir sozusagen diesen Kurs nicht widerspruchslos mitmachen. Ich selber kämpfe mit meinen bescheidenen Mitteln auch dafür, indem ich Vorträge halte, Bücher schreibe, Aufsätze, Leserbriefe, was man so halt machen kann. Und auch Workshops und Seminare mache. Ich habe jetzt ein Seminar hier in Weißenheim geplant oder zugesagt. Da werde ich vormittags mit Schülern der Oberstufe, mit 70 Schülern, zu dem Thema Krieg und Frieden arbeiten. Und abends gibt es einen korrespondierenden Vortrag für Eltern, Lehrkräfte und sonstige Vertreter der Öffentlichkeit in Weißenheim und Umgebung. Es ist ein kleiner Versuch sozusagen, die Jugend auch wieder anzusprechen. Wenn ich hier so reingucke, sehe ich halt auch, dass die Jugend in hohem Maße fehlt. Also ich freue mich über alle, die unter 60 sind. Also so gesehen besteht da noch Entwicklungsbedarf bei den Jugendlichen. Also ich danke den Nachdenkseiten, dass sie diese Informationslinie unserer etablierten Medien so ein bisschen kontrastieren und korrigieren und versuche meinen Teil eben auch dazu zu geben. Ich plädiere für einen reflektierten Pazifismus und damit meine ich einen begründeten, einen wohldurchdachten, einen strategisch reflektierten Pazifismus. Also es geht um Friedensfantasie. Es geht nicht einfach um so eine leichtfertige Akzeptanz der Brutalität des anderen, sondern es geht um Widerstand mit anderen Mitteln. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen, es gibt gewaltfreien Widerstand, der sehr erfolgreich war und der auch heute sehr erfolgreich sein kann. Die sogenannte Revolution in der DDR war gewaltfreier Widerstand und hat dazu geführt, dass es kein Blutvergießen gab und dass insgesamt vieles auch im Interesse der Menschen dort verändert werden konnte. Zum Vortrag insgesamt, ich habe Ihnen ein kleines Handout ausgelegt, das so als Leitfaden dienen kann. Da können Sie im Weiteren verfolgen, zu welchen Punkten ich etwas ausführen werde. Es sind insgesamt fünf Hauptpunkte, ich komme gleich nochmal dazu. Und es ist am Anfang eine kleine Gesprächsphase, schließlich heißt es ja Pleißweiler Gespräche. Das ging mir so durch den Kopf und ich habe dann auch bei frühen Veranstaltungen schon gedacht, eigentlich ist es nicht wirklich ein Gespräch zwischen denen in dem Auditorium, sondern es ist bestenfalls eine Frage-Antwort oder eine reduzierte Interaktion zwischen Referent und Publikum. Im ersten Schritt möchte ich Ihnen eine These, die Sie auf Ihrem Papier da schon finden, zumuten, zu der Sie sich kurz Gedanken machen können und dann auch miteinander reden können. Es ist eine These, die direkt mit unserem Thema zusammenhängt. Kriegsertüchtigung zielt auf das Qualifizieren mündiger, verantwortungsbewusster und friedliebender Staatsbürger in Uniform. So die Aussage eines Jugendoffiziers kürzlich bei einer Debatte in Kaiserslautern, an der ich teilnahm. Das habe ich mir notiert und habe gedacht, ja was ist denn daran jetzt eigentlich plausibel und was ist weniger plausibel? Ich gebe Ihnen gleich Gelegenheit dazu, sich mal so einzuordnen. Sie sehen, es gibt da eine Skala von Plus 3 bis Minus 3. Plus 3 heißt, ich stimme dieser Aussage voll und ganz zu. Minus 3 heißt, ich bin völlig anderer Auffassung und Sie können aber auch dazwischen sich einordnen und dann halt Argumente überlegen und mit einem Nachbarn, einer Nachbarin rechts, links, hinten, vorne, dann das Gespräch aufnehmen. Sie haben etwa 5 Minuten Zeit, also nutzen Sie die Gelegenheit, einfach mal mit Ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen, zu dieser These. So, ich hatte eigentlich... Eine Glocke mir mitgebracht, da ist nur der Spengel rausgegangen. Sie dürfen also jetzt wieder das Gespräch unterbrechen. Ich will das im Weiteren nicht direkt kommentieren, sondern werde im übernächsten Punkt nochmal auf das zurückkommen, was Sie gerade besprochen haben. Meine Grundthese ist, Friedenssicherung beginnt in den Köpfen der Menschen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn die Politik das Gefühl hat, dass die Bevölkerung alles mitmacht, dass sie alles diskutiert, dann wird auch der politische Kurs nicht weiter hinterfragt und korrigiert. Also deshalb, wenn wir Frieden sichern wollen, muss in der Bevölkerung ein erweitertes Friedensbewusstsein entstehen. Es muss eine gewisse Friedenssehnsucht aufgebaut werden, es muss Risikobewusstsein entwickelt werden und vieles mehr. Also es geht um die Köpfe der Menschen, der Politiker in besonderer Weise, aber auch der Bürger, der Wahlbürger, die in die eine oder andere Richtung Druck machen können, die sich in Demonstrationen und bei anderen Gelegenheiten auch äußern können, damit dieser politische Kurs geprüft wird und korrigiert wird. Und er muss korrigiert werden, ich habe das schon angedeutet. Der Stimmungswandel, den wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, der ist schon alarmierend. Sie sehen, Waffenlieferungen in Krisengebieten waren lange Zeit tabu. Da gibt es sogar eine Niederschrift der Bundesregierung, dass das also nicht sein sollte. Das ist mittlerweile längst kein Tabu mehr. Nicht nur die Ukraine bekommt Waffen, auch Ägypten und die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, also alles Länder, die Krisengebiete sind. Das ist mittlerweile schon zur Selbstverständlichkeit geworden, dass nicht mehr lange gefragt wird, ob dort Kriegshandlungen laufen oder drohen, sondern es werden Waffen in Übermaß geliefert. Pistorius ist jetzt als Kanzlerkandidat im Gespräch. Das ist interessant, wie letztlich so eine Hardliner-Rolle dann auch in der Bevölkerung offensichtlich auf Wohlwollen stößt. Ansonsten wäre das ein hohes Risiko, ihn zum Kanzlerkandidaten zu führen. Er ist es noch nicht, aber es ist ernsthaft im Gespräch. Wenn Sie sehen, das ist so eine Seite dieses Stimmungswandels, dass Politiker, die sich als Hardliner gerieren, einen hohen Zuspruch bekommen und in den Meinungsumfragen also bestens abschneiden. Wir haben, was die Waffenlieferungen in die Ukraine betrifft, feststellen können, dass konstant 60 bis 80 Prozent der Bundesbürger bei den gängigen Befragungen dafür votiert haben. 60 bis 80 Prozent. Bis 2021 war es so, dass konstant 70 bis 80 Prozent für Entspannungspolitik, Abrüstungspolitik und Völkerverständigung waren. Da sehen Sie, dass hier ein gigantischer Umbruch letztlich in der Mentalität, im Denken und Urteilen der Menschen stattgefunden hat. Vor wenigen Tagen ist die neue Shell-Studie herausgekommen, die die Jugendliche im Alter von 15 bis 25 genauer unter die Lug benimmt. Und da finde ich interessant einen Befund. Diese 15 bis 25-Jährigen fürchten zu 81 Prozent einen neuen Krieg, einen Weltkrieg. Also sie haben Angst vor einem Weltkrieg, sind aber zu 60 Prozent dafür, dass den Russen mit militärischen Mitteln auf die Nase geklopft wird, um das mal so etwas salopp zu sagen. Das heißt also, es ist völlig widersprüchlich. Auf der einen Seite fürchten sie das, aber auf der anderen Seite folgt daraus nicht so etwas wie Friedensbereitschaft oder Versöhnungsbereitschaft. In Bayern hat es vor wenigen Wochen ein neues Gesetz gegeben, ich weiß nicht, wer das so mitbekommen hat, vieles geht ja so unter der Hand, ein Bundeswehrförderungsgesetz. Die Bundeswehr hat jetzt nicht nur das Recht, im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen in die Schulen gelassen zu werden, aber die Schulen entscheiden darüber, ob sie rein dürfen, sondern sie haben ein Recht darauf, in die Schulen zu gehen. Das heißt also, es ist in der politischen Bildung zumindest mal der Bundeswehr ein Freibrief ausgestellt worden, in den Schulen ihre Sicht der Dinge darstellen, darlegen zu können. In neun von 16 Bundesländern gibt es Kooperationsabkommen, die einen privilegierten Zugang der Bundeswehr zu den Schulen eröffnen. Aber da müssen immer noch die Kolleginnen den Antrag stellen, sie müssen zustimmen, das ist noch eine gewisse Hürde, aber wir sind auf dem besten Wege, dass die Werbung der Bundeswehr ganz offen in die Schulen hineingetragen wird. Wo bleiben dann die Kriegsdienstverweigerer, wo bleiben die Friedensinitiativen, also wo bleiben diejenigen, die das Ganze anders sehen. Also wenn wir wirklich Pluralismus leben wollten, müssten wir auch, wenn schon die Bundeswehr in die Schulen kommt, auch andere Organisationen in die Schulen hineinlassen. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt kaum Widerspruch zu dem 100 Milliarden Sonderprogramm, zur Auffrüstung der Bundeswehr, zur Modernisierung der Bundeswehr. Es gibt auch kaum Widerstand gegenüber dieser Ankündigung, dass ab 2026 Raketen in Wiesbaden, Mittelstreckenraketen, neuester Bauart in Wiesbaden stationiert werden sollen. Wir hatten 1981 mal 83 Großdemonstrationen, als es um die Nachrüstung ging. Damals, so etwas fehlt mir ein bisschen. Also ich sehe, dass einfach in der Bevölkerung so ein gewisses Fleckma sich ausgebreitet hat, so eine Duldsamkeit, völlig unkritische Grundhaltung auch, die zur Gefahr werden kann. Kriegsertüchtigung, Aufrüstung, Wehrpflicht scheinen alternativlos. Der Begriff der Alternativlosigkeit ist an dieser Stelle auch gefährlich. Ich frage mich, wo sind, wie vorhin schon erwähnt, die oppositionellen Gruppen? Bei den Kirchen sehe ich, dass mittlerweile wieder diskutiert wird, darüber, ob man die Waffen wieder segnen soll. Ich halte das für gefährlich, weil sie vor dem Ersten Weltkrieg diesen Fehler gemacht haben, sozusagen staatspolitisch da auf Linie zu gehen und vor dem Zweiten Weltkrieg das Gleiche. Und jetzt geht die Tendenz wieder in diese Richtung. Ich war vor kurzem in Bad Boll bei einer Tagung, da ging es um die Denkschrift, die Friedensdenkschrift der evangelischen Kirchen, die soll überarbeitet werden. Und ich war schon sehr erstaunt, dass dort die Militärdekane das Wort führten und sich kaum jemand getraut hat, dagegen zu halten. Diese Militärdekane haben zum Teil rabiater argumentiert, als das irgendein General bei der Bundeswehr machen würde. Also die waren so überzeugt davon, dass Putin schlichtweg die Inkarnation des Teufels ist und dass nur diesem wiederauferstandenen Hitler mit Waffen begegnet werden kann. Ich war, wie gesagt, irritiert und erschüttert, das zu sehen. Das betrifft aber nicht nur das Meinungsbild in den Kirchen. Es gibt Gott sei Dank auch ganz andere Kräfte, aber das ist so die Graswurzelarbeit, die häufig kaum noch wahrgenommen wird. Und viele schweigen auch, trauen sich nicht richtig, für Frieden einzutreten. Das Dilemma ist, dass diese Kriegsertüchtigung, von der derzeit viele reden, nicht nur Pistorius und Stark-Watzinger, eine gewisse ethisch-moralische Enthemmung bedeutet. Also Sie haben das vorhin diskutiert. Letztlich geht es darum, wenn Sie Kriegsertüchtigung betreiben, Feindbilder aufzubauen, Feindbilder kognitiv auch zu kultivieren und eine gewisse Hass- und Hetze-Neigung dann auch aufzubauen. Kaum beachtet wird, das finde ich auch höchstbedenklich, dass im Grundgesetz in der Preampe die Friedenspflicht angemahnt wird. Also die Politik hat für den Frieden einzutreten. Ich sehe im Augenblick nicht allzu viel davon. Und in Artikel 9 des Grundgesetzes wird die Völkerverständigung angemahnt. Wo bleibt dieses Bemühen um Völkerverständigung? Ich sehe im Augenblick wenig. Das alles verbietet eigentlich, sowohl das Grundgesetz als auch das, was an Gefahren mit dieser Kriegsertüchtigung verbunden ist, diese mentale und emotionale Kriegsertüchtigung der Jugend. Es geht um mentale Prägungen und emotionale Prägungen. Die Scheu vor dem Zerstören anderer wird letztlich abgebaut oder soll abgebaut werden. Jetzt findet das noch nicht mal primär in den Schulen statt, aber dort beginnt das Ganze. Es geht um die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für Kriege und für die Notwendigkeit, für die Alternativlosigkeit von Kriegen. Und das ist gefährlich. Wenn, wie gesagt, müssten auch Friedensdienste, Kriegsdienstverweigerer offen zu Wort kommen können. Ich bin der Ansicht, Friedensbildung muss diese Debatte eröffnen und muss Orientierung bieten. Also wer hinterfragt das, was dort läuft? Wer hinterfragt diese Stimmungsbilder, die sich ausbreiten, diesen neuen Belizismus? Wer bringt Gegeninformationen? Also hier, denke ich, ist Schule und sind Bildungseinrichtungen generell gefordert, eine gewisse Blickerweiterung sicherzustellen und breit gefächerte Orientierung zu bieten. Ich komme zu dem zweiten Punkt, wie Hass, Hetze und Feindbilder geschürt werden. Das ist auf der ersten Seite unten der Fahrplan in der unteren Folie. Es gibt, wenn Sie mal in die Medien hineinschauen, auch in die öffentlichen Debatten, in die Talkshows und so weiter, es gibt Shitstorms, das ist ein neuer Begriff, gegen Guterres, gegen den Papst, der da sich getraut hat, darauf hinzuweisen, dass manchmal die weiße Fahne auch vernünftig sein kann. Guterres hat schlicht und einfach auf etwas Selbstverständliches hingewiesen, dass bei dem Überfall der Hamas der historische Kontext mit berücksichtigt werden sollte. Also wenn man das verstehen will, um diese Konfrontation aufzulösen, dann muss man historisch zurückblicken auch. Man kann Hass nicht wegbomben. Das ist das, was wir gegenwärtig so in fataler Weise erleben. Es wird versucht, mit militärischen Mitteln den aufgestauten Hass zu beseitigen oder das Misstrauen zu beseitigen, das entstanden ist. Wenn Sie mal den Begriff des Pazifismus nehmen, Sascha Lobe vom Spiegel hat vom Lumpen-Pazifisten gesprochen, hat das auf den Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschlands bezogen, den Herrn Christoph Kramer. Also die Frau Käßmann hat Shitstorms geerntet, Zizek bei der Frankfurter Buchmesse, der auch diesen Kontextbezug des Hamas-Überfalles ins Gespräch gebracht hat. Lambsdorff hat von der fünften Kolonne Putins gesprochen. Habeck hat gemeint, Pazifisten sind Feiglinge. Sie merken, wie letztlich das Vokabular verroht, wie hier Diffamierung betrieben wird im schlimmsten Sinne des Wortes. Lumpen-Pazifisten, Feiglinge, fünfte Kolonne Putins. Das sind diskreditierende Bezeichnungen, die unterhalb der Gürtellinie liegen. Wenn Sie sich die Berichterstattung in den Medien, in den Talkshows anschauen, in den Zeitungen, dann sehen Sie, dass dort vor allem Strack-Zimmermann, Hofreiter, Kiesewetter, Röttgen, Klingbeil immer wieder auftauchen oder irgendwelche Exil-Russen oder Exil-Ukrainer. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die für objektive Berichterstattung und objektive Beurteilung stehen. Also hier tut sich so einiges, was letztlich dieses Stimmungsbild in der Bevölkerung sehr stark auch mitprägt und zuspitzt. Zudem gibt es dubiose Militär- und Sicherheitsexperten, die Sie im Fernsehen und bei anderen Gelegenheiten immer wieder verfolgen können. Da ist Mas Saller, meist wird nicht gesagt, dass er von der Bundeswehrhochschule kommt in München. Also das ist der Experte schlechthin. Der hat, ich will nicht sagen, der macht das bewusst, aber er hat von seiner Profession her einen bestimmten Blick auf die Dinge. Und so gesehen, viele sogenannte Experten, die uns dort vorgeführt werden, sind relativ einseitig auf Kriegskurs festgelegt. Das ist das, was mich immer wieder dann auch aufregt, deshalb diese Aufkündigung des Abos, des Spiegel und der Zeit, weil sie dort permanent Experten hatten, die genau die Begründung für Eskalation, militärische Eskalation geliefert haben. Experten wie Kujat, Fad, Donani, Verheugen, um nur einige zu nennen, kommen kaum noch vor. Donani ist in einem Gespräch bei Maischberger damals rüder ausgeblendet worden, weil er versuchen wollte, die amerikanische Position so ein bisschen zu hinterfragen, die amerikanische Geopolitik zu hinterfragen. Das war nicht gewünscht, deshalb wurde er sehr schnell stumm geschaltet. Ich habe den Spiegel, wir werden abgestellt, nachdem im Jahr 2022, also Ende Februar bis Oktober, neun Spiegeltitel erschienen, die dem Dämon Putin gewidmet waren, mit entsprechenden reißerischen Titelbildern. Ich habe hier so einige, wenn Sie später mal da reingucken wollen, Der Kaltmacher, Putins blutige Spur, immer die entsprechenden Titel oder Putins Spiel mit der Bombe. Das ist Propaganda, das ist Dämonisierung im schlimmsten Sinne des Wortes. Wenn ich Frieden will, dann kann ich so nicht verfahren. Ich meine, Putin mag Dreck am Stecken haben, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Er ist ein machtbewusster Politiker, aber andere sind es auch. Und er verfolgt seinen Kurs mit einer gewissen Brutalität. Nur auf diese Weise ihn an den Pranger zu stellen und sozusagen für Verhandlungen schlichtweg zu diskreditieren, das kann dem Frieden nicht zuträglich sein. Viele der Chefredakteure in den Medien gehören der sogenannten Atlantikbrücke an. Das ist auch noch so ein Punkt, der mir sehr aufstößt. Die Atlantikbrücke hat es sich zur Aufgabe gemacht, Amerika bedingungslos in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Also insofern ist das eine bestimmte Schlagseite, die dort also auch über die Chefredaktion dann nachher in den Blättern landet. Friedensbildung muss dieses Meinungsmanagement, das ist mein Fazit an dieser Stelle, hinterfragen und weitere Gegeninformationen suchen und zugänglich machen. Der dritte Punkt, den Sie auf der zweiten Seite dort finden, warum die aktuelle Kriegslogik in die Irre führt, Ich will zwei Irrtümer direkt ansprechen. Irrtum eins, militärische Siege bringen Frieden. Das ist die sogenannte Kriegslogik. Das gesagt wird, mit militärischen Mitteln können wir Frieden erreichen. Es ist vielleicht ein erzwungener, kurzfristiger Frieden, aber es ist kein dauerhafter, kein stabiler Frieden. Das kann man ganz sicher sagen, auf der Basis der Historie. Nach dem Krieg ist es in der Regel vor dem Krieg. Die Partei, die verloren hat, wird nichts Eiliger zu tun haben, im Regelfall als aufzurüsten und die Revanche in Angriff zu nehmen. Ein zweiter Irrtum, der dieser Kriegslogik zuzurechnen ist, Nazi-Deutschland wurde friedlich wegen der Bomben, die auf Dresden und andere Großstädte geworfen wurden. Also man hat Deutschland sozusagen zum Frieden gebombt. Das halte ich für eine sehr, sehr gewagte und auch falsche These, weil Deutschland nicht friedlich geworden ist wegen der Bomben. Das war demütigend genug und zerstörerisch genug, sondern sie sind friedlich geworden, weil sie sehr schnell, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, in die internationale Gemeinschaft zurückkehren durften. Ob das nun die Montanunion war, ob es der Marshallplan war mit den entsprechenden finanziellen Zuwendungen, die die Amerikaner mit bestimmten Interessen dann auch geliefert haben. Aber Deutschland hat sehr schnell seine Reputation zurückgewonnen, wurde anerkannt international und hat auf diese Weise sozusagen auch die Demokratie schmackhaft gemacht bekommen. Wäre das Gleiche mit Russland passiert, das ist meine These, wäre das Ganze völlig anders gelaufen. Russland ist eigentlich nie in die internationale Gemeinschaft aufgenommen worden. Sie sind kurzfristig hier oder dort geduldet worden, aber sie waren eigentlich immer das Schmuddelkind an den Tischen der G20 oder der G8, wie auch immer. Also so gesehen, hier ist vieles versäumt worden. Wenn also Frieden entstehen soll, dann dadurch, dass es eine Vertrauensbasis gibt, dass es eine offene Völkerverständigung gibt, dass es auch eine Kooperation auf Augenhöhe gibt. Diese Kooperation auf Augenhöhe ist Russland nie angeboten worden. Russland wollte in die NATO, wie Sie wissen, sogar, also es wurde überlegt, in die NATO zu gehen in den 90er Jahren. Aber das ist brüsk abgelehnt worden damals, weil dann die Amerikaner einen Partner auf Augenhöhe gehabt haben. Die Deutschen und die anderen europäischen Länder sind eher Vasallen, sind devote Partner, die das machen, was die USA an geopolitischen Vorstellungen haben. Fakt ist, Kriege sind verheerend, und zwar für alle Seiten. Der Erste Weltkrieg, um nur einige Daten nochmal so in Erinnerung zu rufen, hat 9 Millionen Tode gebracht. Der Zweite Weltkrieg 65 Millionen, der Vietnamkrieg zum Beispiel 5 Millionen Tode. Hinzu gehören gigantische Umweltschäden, gigantische Gebäudeschäden und Verletzte, Traumatisierte. Also wenn man sich das mal alles anschaut, dann stellt sich schon die Frage, worin denn der Sinn dieser Kriege besteht. Wo bessert sich etwas? Wenn Sie sich genauer anschauen, die Kriege, die nach 9-11 geführt wurden, in Afghanistan, in Syrien, in Libyen, im Irak und so weiter, dann können Sie feststellen, es sind dort 5 bis 6 Millionen Menschen getötet worden. 38 Millionen Flüchtlinge sind produziert worden, so das Watson-Institut in Amerika. Viele dieser Flüchtlinge sind auch in die EU gekommen, also unsere Migrationsproblematik hat auch damit zu tun, dass derart viele Länder destabilisiert wurden, dass dort Flüchtlingsströme ganz zwangsläufig entstanden sind. Wenn Sie dann sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich besser geworden, dann können Sie von Afghanistan über den Irak bis hin zu Libyen sehen, es ist eigentlich alles schlechter geworden. Weniger Freiheit, weniger Sicherheit, weniger Gerechtigkeit und weniger Wohlstand. Also wo besteht der Sinn dieser Kriege? Es wird ja immer uns vorgemacht, dass Kriege zu einer besseren Welt nachher führen im Ergebnis. Ich sehe das nicht recht. Und ich denke, das ist eine Aufgabe der Friedensbildung, diese gigantischen Schattenseiten von Kriegen ins Bewusstsein zu heben. Schüler und Schülerinnen müssen erschrecken, wenn sie an Kriege denken. Und sie müssen das Drama von Kriegen auch ein Stück weit vor Augen haben. Ich kann mich erinnern, bei uns in der Dorfkirche, als ich ein Kind war, da hing so eine große Tafel mit den Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und das hat mich immer fasziniert und auch hochgradig erschreckt, weil es keine Familie gab, in der nicht mindestens ein männlicher Teil dort sein Leben gelassen hatte. So gesehen, das ist etwas, was sich eingeprägt hat. Ich bin auch nach dem Krieg groß geworden und habe eben die Zerstörung in Kassel, die Zerstörung in Frankfurt, die Zerstörung in Köln noch gesehen. Das fehlt heute vielen, dass sie sozusagen auch den Schrecken des Krieges drastisch vor Augen haben. Das Militär verlangt Kriege und fördert technische Perfektionierung. Das ist das Problem. Also wenn man diese Kriegslogik ernsthaft verfolgt, dann geht es darum, Albrecht Müller hat das vorhin schon gesagt, dass Kriege benötigt werden, damit es der Rüstungsindustrie gut geht, aber auch damit bestimmte Legitimationsprobleme der Regierenden behoben werden. Denn man kann auf diese Weise auch Tatkraft und eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit demonstrieren. Viele Politiker leben davon, dass sie sich als Rüstungsavantgarde auch darstellen. Auch unsere Frau Strack-Zimmermann ist bekannt dafür, dass sie in einer engen Beziehung zur Rüstungsindustrie steht und mit dieser Position sehr viel öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit erzielt. Das Schlimme ist, je mehr Waffen da sind, desto geringer ist letztlich die Neigung zu Verhandlungen. Amerika ist das beste Beispiel. Amerika hat einen Rüstungsetat von 916 Milliarden 2023 und sie können dort feststellen, dass die in der Regel nicht verhandeln wollen. Also die Bereitschaft zu Verhandlungen steht und fällt auch mit so einer gewissen Verletzbarkeit. Und ein bisschen sarkastisch formuliert, vielleicht haben wir die letzten 40 Jahre Frieden gehabt, weil alle Seiten so schwach waren militärisch, dass keine Seite vor der anderen Angst haben musste. Es war abgerüstet worden, Russland war geschwächt, das hat man auch jetzt zu Beginn des Ukraine-Krieges gesehen, aber auch die westlichen Länder waren geschwächt. Viele haben sich über die Bundeswehr lustig gemacht. Vielleicht war gerade der desolate Zustand der Bundeswehr einen Angriff auf Deutschland gar nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Also so gesehen, die Frage ist, ob wir mit mehr Waffen mehr Frieden erreichen oder ob wir vielleicht ohne diese Aufrüstung größere Chancen haben, friedfertig miteinander zu leben und Vertrauen zu bilden. Friedensbildung muss diesen Teufelskreis hinterfragen. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt auf der ersten Seite. Die USA sind alles andere als Friedensgaranten. Ich habe das schon ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet. Die Geopolitik der USA ist hochexplosiv. Das wissen Sie alle, das können Sie täglich studieren. Jimmy Carter hat den markanten Satz gesagt, die kriegerischste Nation in der Weltgeschichte sind die USA. Dass der ehemalige Präsident der USA dieses sagt, ehrt ihn, aber er hat recht. Denn wenn Sie mal die Geschichte so zurückverfolgen in Mittelamerika, in Südamerika, aber auch gegenüber den Aborigines dort in Amerika, oder auch was Sie in Asien und in Europa angestellt haben, dann können Sie feststellen, dass Sie eigentlich kaum einen Krieg weltweit ausgelassen haben. Es geht selten um Menschenrechte, Demokratie und Friedenssicherung, obwohl uns das immer wieder so nahegelegt wird. Der Geostratege, Sicherheitsexperte und Politikberater George Friedman hat das in einem Vortrag, der bereits 2014 aufgezeichnet wurde, nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er sagte, wir haben aus dem Vietnamkrieg gelernt, dass es schlecht ist, wenn wir mit eigenen Truppen versuchen, unsere Interessen gegenüber Weltmachtkonkurrenten durchzusetzen. Weil nämlich dann Amerikaner sterben und das im eigenen Land dann zu einer gewissen Aufruhr führt. Und deshalb haben Sie daraus aus diesen Erfahrungen gelernt, dass Sie Stellvertreterkriege brauchen. Es werden Länder an der Peripherie zu potenziellen Weltmachtkonkurrenten destabilisiert. Es werden Bürgerkriege entfacht, es werden Putschaktionen eingefädelt, es werden Aufrüstungsmaßnahmen finanziert und auch durchgeführt. Also wenn Sie sich den ganzen Gürtel um Russland herum anschauen, dann gibt es kaum ein Land, in dem Amerika nicht versucht hat, destabilisierend zu wirken, um direkt oder indirekt Druck auf Russland auszuüben. Das darf man nicht einfach übersehen. Also ich bin der Letzte, der etwas gegen die Amerikaner hat, aber ich habe etwas gegen die Geopolitik der USA. Das ist ein großer Unterschied. Und diese Geopolitik, die ist auf Destabilisierung, auf Aufrüstung und letztlich auch auf weltweite Kriegsaktivitäten ausgerichtet. Der Vorteil dieser Stellvertreterkriege ist, wie Klaus von Donnerny das schön formuliert hat, dass in den USA keine Fensterscheibe klirrt. Also man hat andere, die sozusagen die Lorbeeren für die Amerikaner oder für die USA, muss man ja sagen, aus dem Feuer holen. Zu dieser Geostrategie gehört massive Militärpräsenz weltweit. Auch das ist nicht allen vertraut. Die USA haben 800 Militärbasen in über 70 Ländern weltweit, in Deutschland mehrere. Das heißt, sie sind sehr stark mit eigenen Militär- und Spionagebasen in anderen Ländern aktiv. Und dass das immer nur zu friedfertigen Zwecken läuft, das bezweifelt wahrscheinlich niemand. 1991 bis 2022 haben die USA 250 Militäreinsätze weltweit durchgeführt. So der Research Service des amerikanischen Kongresses. Also die haben das veröffentlicht für ihre Abgeordneten. 250 militärische Einsätze weltweit innerhalb von 30 Jahren. Mit welchem Recht eigentlich? Und mit welcher Absicht? Also es geht darum, US-Interessen, ökonomische Interessen, politische Interessen und sonstige geostrategische Interessen mit aller Macht durchzusetzen. Dass es in der Ukraine innerhalb kürzester Zeit Militärbasen der USA 800 Kilometer oder 600 Kilometer von Moskau entfernt gegeben hätte, wenn die NATO-Mitgliedschaft offiziell eingerichtet worden wäre, ist unstrittig. Die New York Times hat aufgedeckt, dass es an der Grenze zu Russland in der Ukraine zwölf Spionagebasen gab, die bereits aufgebaut waren. Also insofern, dass die USA nur friedfertige Ziele dort verfolgen, ist ein Gerücht. Die US-Rüstungsausgaben liegen bei 916 Milliarden. Es wird ja immer so getan, als wenn die Russen jetzt exorbitant in die Rüstung investieren und die Amerikaner sehr bald, also meilenweit abhängen. So kommt es im Augenblick an. Russland hat 109 Milliarden US-Dollar Rüstungsausgaben 2023 gehabt. Also insofern ein Neuntel der US-Ausgaben. China übrigens 296, also etwa ein Drittel. Selbst wenn man China und Russland zusammennimmt, haben die einen Bruchteil dessen, was die NATO-Staaten an Rüstungsausgaben praktizieren. Deshalb weiß ich nicht so richtig, was mit dieser Panikmache, mit diesen ganzen Bedrohungsszenarien, die uns da tagtäglich vorgeführt werden, so eigentlich beabsichtigt ist. Friedensbildung muss diese Geopolitik, das ist mein Fazit, wieder kritisch beleuchten, muss Informationen bereitstellen, die deutlich machen, dass hier Interessen im Spiel sind und dass es weniger um Menschenrechte und Menschenwürde geht. Damit komme ich zum fünften und letzten Hauptpunkt. Pazifistisches Denken und Handeln ist eine wichtige und hilfreiche Perspektive. Pazifisten gelten hierzulande, wie erwähnt, als naiv, verantwortungslos und feige. Ein beliebtes Zitat, das Sie sicherlich auch schon gehört haben, stammt aus der Bergpredigt. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch noch die linke hin. Das wird mit böswilliger Absicht sozusagen missinterpretiert. Was dort gesagt wird, ist, wenn ich zurückschlage, wird alles nur noch schlimmer. Also insofern muss ich gucken, dass ich deeskaliere in dem Augenblick, wo der andere mir einer auf die Backe haut. Und ich kann am ehesten deeskalieren, indem ich ihn in Erstaunen versetze. Wenn ich die andere Backe hinhalte, wird das sozusagen als atypisches Verhalten, als nicht-aggressives Verhalten wahrgenommen. Und deshalb führt es zur Verunsicherung und dann auch zur Zurückhaltung. Diese Feindesliebe, von der dort die Rede ist, die auch immer wieder von der Begrifflichkeit her durch den Kakao gezogen wird, zielt eigentlich auf Toleranz oder mahnt an, dass man Toleranz, Vertrauensbildung und Verstehen in den Mittelpunkt stellen sollte. Das Buch Russland Verstehen von der Frau Krone-Schmalz ist vom C.A. Beck-Verlag seinerzeit aus dem Programm genommen worden. Seinerzeit, das ist noch nicht lange her, weil das offensichtlich nicht mehr erwünscht war, dass man Russland zu verstehen versucht. Verstehen wollen heißt aber etwas anderes als Verständnis haben. Also wir merken, dass hier dieser hermeneutische Grundsatz des Verstehen-Wollens letztlich total diskreditiert wird. Der Begriff Putin-Versteher ist ja auch so ein Schlagwort, eine Killer-Phrase, die sofort zum Schweigen der Betroffenen dann auch führt. Ich muss, wenn ich Frieden stiften will, die andere Seite verstehen. Ich muss die Interessen der anderen Seiten verstehen und muss sie ernst nehmen auch. Ich muss sie nicht teilen, aber ich muss versuchen, damit umzugehen. Und selbst wenn Putin jetzt abgesetzt würde, käme ein anderer dran, der auch die russischen Interessen vertritt. Und diese russischen Interessen sind andere als die amerikanischen. Also insofern, es wird keinen Frieden in Europa ohne Russland geben und schon gar keinen gegen Russland. Und das sollten sich unsere Politiker mal klar machen. Und so etwas muss im Rahmen der Friedensbildung auch ins Bewusstsein gelangen. Also was mir vorschwebt, ist nachher in der nächsten Folie da nochmal deutlich sichtbar. Ich komme gleich darauf zurück. Wichtig ist, Pazifisten sind keine Naivlinge. Sie sind wehrhaft, aber wehrhaft auf andere Weise, als dass die Militärs sich so vorstellen. Beispiele sind Gandhi, Martin Luther King. Sie können sich sicherlich noch erinnern, auch die US-Studenten, die damals dazu beigetragen haben, dass der Vietnamkrieg infrage gestellt wurde und irgendwann also auch beendet wurde. Die Bonner Demo, damals gegen den Nachrüstungsbeschluss, ist auch nicht folgenlos geblieben, denn in der Folge wurden Abrüstungsverhandlungen ernsthaft dann auch angegangen. Es gab verschiedene Verträge vom INF, ABM-Vertrag und andere, die in der Folge zustande gekommen sind. Also ich denke, der öffentliche Druck sollte nicht unterschätzt werden. Und was ich derzeit mit großem Unbehagen wahrnehme, ist, dass wir in der Republik fast keinen öffentlichen Druck haben, der in Richtung Friedensvorbereitung geht. Und deshalb versuche ich an dieser Stelle anzusetzen und einfach diejenigen, die ansprechbar sind, die ein gewisses Unbehagen haben, auch zu bestärken, dieses Unbehagen beizubehalten und auch nach außen hin mit zivilem Widerstand zu verknüpfen. Wir brauchen zivilen Widerstand. Bei Wahlen, aber nicht nur bei Wahlen, sondern auch bei Demonstrationen. Und wenn ich sehe diese jämmerlichen Zahlen bei Demonstrationen, dann finde ich das sehr traurig eigentlich, dass wir da einfach nicht mehr Massen auf die Straße bringen, die diese Idiotie, diesen Irrsinn der laufenden Kriege konterkarieren. Es geht also um intellektuelle und soziale Gegenwehr. Intellektuelle Gegenwehr setzt voraus, dass ich etwas reflektiert habe, dass ich Argumente habe, dass ich also im Rahmen der Bildungsarbeit mich für die Kontroverse, für die Auseinandersetzung gerüstet habe, dass ich auch Mut geschöpft habe, mich zu äußern. Was ich derzeit eben erlebe immer wieder, ist, dass viele Leute nicht den Mut haben, sich zu äußern. Sie haben durchaus kritische Vorstellungen und hinterfragen manches, aber sie trauen sich nicht, das nach außen hin auch zu äußern. Also intellektuelle Gegenwehr ist auch ein Teil des Widerstandes. Und ich wünsche mir in unseren Medien, in unseren Zeitungen und Fernsehanstalten viel mehr Leute, die diese intellektuelle Gegenwehr an den Tag legen. Voraussetzung für diese intellektuelle und soziale Gegenwehr ist kritische Reflexion. Deshalb rede ich vom reflektierten Pazifismus. Also reflektierter Pazifismus ist kein naiver Pazifismus, sondern ein Pazifismus, der aus guten Gründen auf gewaltfreie Aktionen zielt und auf gewaltfreien Widerstand zielt und entsprechende Organisationsformen suchen. Friedensbildung muss diese Kriegsskepsis, diese Kritikfähigkeit und auch den Protestwillen aufbauen helfen. Also ich wünschte mir, dass wir einfach viel mehr aufrüttelnde Bildungsarbeit hätten, die dieses Nachdenken über den Irrsinn von Kriegen befördern. Da fehlt mir ganz vieles. Wie das gehen kann, zeigen die Bildungsmaximen, die Sie auf der nächsten Seite finden. Die will ich nur noch mal vorlesen und dann machen wir einen Schnitt. Korrespondierende Bildungsmaximen, die aus dem, was ich Ihnen jetzt hier einen didaktischen Kontext geliefert habe, sich daraus ergeben. Glaube wenig und hinterfrage alles. Ich sehe zu viele Leute, die einfach alles glauben, was Ihnen da präsentiert wird. Es gibt eine derartige Naivität. Manche Leute sagen ja auch, das Handy ist die Brücke zur, wenn Sie so wollen, politischen Idiotie. Weil das Nachdenken, das Urteilen, das sich differenziert informieren, immer stärker auch abgebaut wird. Glaube wenig und hinterfrage alles. Zweite Maxime, verschaffe dir breite Informationen. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich sehe, ich lese verschiedene Zeitungen, wie wenig differenziert die Informationsangebote sind. Ich habe mir jetzt den Freitag dann abonniert, weil ich da den einen oder anderen Artikel wenigstens noch finde, der mal einen anderen Blick wagt. Aber ansonsten ist die deutsche Presse- und Medienlandschaft ziemlich einseitig programmiert. Suche und nutze, Maxime 3, politische Diskurse. Wir brauchen diese Diskurse. Es kann doch nicht angehen, dass einfach nur Zustimmung erwartet wird zu dieser Alternativlosigkeit der gegenwärtigen Politik. Wir brauchen einen Diskurs, wir brauchen Kontroversen. Und das setzt voraus, dass wir ganz breit gefächert auch Informationen geboten bekommen. Und da nochmal mein Dank an die Nachdenkseiten, dass sie dieses Vakuum ein Stück weit füllen. Maxime 4 versetze dich in die Lage des Feindes. Wir nennen das den Perspektivenwechsel in der politischen Bildung. Ich muss versuchen, wenn ich einen Zugang zu vermeintlichen oder erklärten Feind bekommen will, dann muss ich deren Perspektive einnehmen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist wie bei jedem Ehepaar auch. Man muss die Perspektive des Anderen eruieren, um auf diese Weise Wege zum Anderen zu finden. Und das gilt in der internationalen Politik genauso. Dass mittlerweile dieser Perspektivenwechsel bei uns so schwer gemacht wird, von vornherein unter den Verdacht sozusagen der Parteinahme für Putin dann gestellt wird, das finde ich schon katastrophal. Fünfte Maxime, achte besonders auf die Kriegsfolgen. Ich denke, wenn eine gewisse Kriegsskepsis sich aufbauen soll bei den Menschen, dann müssen sie die Folgen von Kriegen vor Augen haben. Deshalb habe ich das vorhin so ein bisschen auch ausgeschmückt. Egal, ob sie auf den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Kriege nach 9-11 gucken, das ist ein Irrsinn. Und wenn man sich die Folgen, die das Ganze vor Augen führt, wird man ein Stück weit auch Kriegsskepsis und Kriegsresistenz entwickeln können. Und das sind für mich ganz wichtige Kategorien im Bereich der politischen Bildung. Kriegsskepsis, begründete Kriegsskepsis aufbauen zu helfen und Kriegssresistenz entwickeln zu helfen. Maxime 6, bezweifle, dass Kriege sein müssen. Das wird uns ja ständig suggeriert, dass sie alternativlos seien. Also Israel verteidigt sozusagen seine nationalen Interessen. Bis zu welchem Punkt eigentlich? Ich kann auch nachvollziehen, dass sie am Anfang erstmal zurückgeschlagen haben. Aber was danach dann passiert, das ist maßlos in vielen Bereichen. Und das richtet sich nicht gegen das israelische Volk. Deshalb bin ich da auch immer entsetzt, wenn sofort der Begriff des Antisemitismus dann kommt, wenn man Kritik an dieser israelischen Politik äußert. Es ist Kritik an dieser Regierung und das ist eine ultra-reaktionäre Regierung, wie wir alle wissen, ultra-orthodox in ihrer ganzen Ausrichtung. Und diese Politik muss kritisiert werden und darf kritisiert werden. Und insofern, wenn ich der Ansicht so ein bisschen Zivilcourage in diesem Bereich würde uns gut anstehen. Und tragen Sie es einfach weiter, geben Sie Anstöße an Dritte und versuchen Sie so ein bisschen zum Widerspruch und Widerstand zu ermutigen. Wir brauchen eine widerspenstige Bevölkerung, wenn sich dieser politische Kurs verändern soll. Übe dich in Sachen Konfliktregelung, das zielt nochmal wieder auf die Bildungsarbeit. Also was wir festgestellt haben, wenn Schüler Konflikte geschlichtet haben in der Schule, wenn also im Rahmen des kooperativen Lernens eine gewisse Konfliktregelungskompetenz aufgebaut wurde, dann wirkt sich das auch im Blick auf internationale Konflikte verständnisfördernd aus. Also wenn ich sozusagen Friedensfantasie entwickeln will, muss ich eine Vorstellung davon haben, wie man Konflikte gewaltfrei schlichten oder beilegen kann. Und insofern ist es wichtig, dass dieses persönliche Lernen auch als Grundlage für das Verständnis internationaler Konfliktregelungsprozesse genutzt wird. Und die letzte, achte Maxime, engagiere dich in Friedensinitiativen. Ich denke, das ist schwierig zurzeit, aber es ist trotzdem notwendig, weil ansonsten wir alle zu Opfern dieser Kriegsreiber werden, die derzeit am Werge sind. Es gibt ja eine Harakiri-Mentalität im Augenblick, die mich sprachlos macht und mich auch ein bisschen verängstigt, um das deutlich zu machen. Ich erwähne nochmal, wir haben acht Enkelkinder und ich frage mich, wie das eigentlich so weitergehen wird, wenn diese Eskalationsschraube immer weiter gedreht wird. Also wie gesagt, bleiben Sie widerspenstig, klären Sie auf, machen Sie nachdenklich und üben Sie sich im Hinterfragen weiterhin. Ich denke, Sie sind die Vorhut dieser kritischen Gruppe, aber es müssen mehr werden. Und dazu können wir alle ein bisschen beitragen. Das Fazit, das ich dort hingeschrieben habe, die besagte Reflexionsarbeit, sichert zwar noch keinen Frieden, das wäre auch vermessen, aber sie steigert oder trägt dazu bei, dass Kriegskepsis und Friedensfantasie entwickelt werden. Also so gesehen, reflektierter Pazifismus ist die Grundlage für mehr Kriegskepsis und für mehr Friedensfantasie. Und wir brauchen Friedensfantasie. Es muss der Frieden vorbereitet werden und nicht der Krieg. Danke. Danke. Vielen Dank. Wenn ich Albrecht Müller vorhin richtig verstanden habe, gibt es jetzt 20 Minuten, hast du gesagt. Kaffeepause, Kuchen essen und miteinander reden. Und dann gibt es noch mal die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen oder sonstige Beiträge in Kurzform zu liefern. Und dann gibt es noch mal die Möglichkeit,